Leandrot! 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 Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon-Roth. Sicherlich kennen Sie den Schlag, den die meisten Golfe fürchten. Den Slice. Heute zeige ich Ihnen eine Übung, wie Sie den Slice eliminieren und die Bälle sauber treffen können. Kurvt Ihr Ball trotzrichtigen Griff nach rechts, ist sehr hoch und Sie verlieren sehr viel Länge. Dies liegt an der Stellung des Handgelenks im Treffmoment. Wie Sie sehen, wird hierdurch direkt die Schlagfläche beeinflusst. Allerdings ist die Stellung des Handgelenks nicht so leicht zu ändern. Deshalb fangen wir in einer kleinen Bewegung an und arbeiten uns zum vollen Schwung hoch. Stellen Sie sich in die Chip-Haltung. Greifen Sie den Schläger richtig und machen Sie Probeschwünge. Rotieren Sie hierbei die Schlagfläche im Durchschwung nach links, sodass der Schläger am Ende auch nach links zeigt. Nachdem Sie zehn Chip-Probeschwünge gemacht haben, spielen Sie nun einen Ball ebenfalls mit der Chip-Bewegung und Fokus auf die Rotation der Schlagfläche. Wenn Ihr Ball nach links geht, ist dies ein gutes Zeichen. Es ist immer besser zu übertreiben als zu untertreiben. Machen Sie jeweils immer zwei Chip-Probeschwünge mit dieser Bewegung und chippen dann einen Ball. Wenn Sie den Ball 15 Mal in Folge nach links gespielt haben, werden Sie sicher gemerkt haben, dass Ihre Ballkontakte deutlich satter waren, als Sie es gewohnt sind. Das liegt daran, dass Ihre Schlagfläche im Treffmoment nicht mehr nach rechts zeigt und Sie die Bälle nicht mehr anschneiden, sondern dass Sie jetzt square treffen. Machen Sie nun einen normalen Probeschwung und schlagen dann einen Ball mit vollem Schwung. Falls Ihr Ball immer noch nach rechts kurvt, müssen Sie die Übung noch einige Male weiter ausführen. Falls Ihre Bälle nach links kurven, ist das normal und wird sich nach einigen Schlägen einpenden. Sie werden merken, dass Sie mehr Länge bekommen, gerade Bälle spielen und mehr Spaß an Ihrem Golfspiel haben.